Weißt du, wie das mit den Frauen läuft? Stopfen sich in dein Leben und saugen sich richtig schön voll. Ihr spielt schön? Mit meinen Sachen? Du bist 36 und vögelst nur kleine 20-Jährige. Werd mal erwachsen. Ja, du machst das geil. Sex mit dir ist wie so ein Casting für einen Pornofilm. Jede Frau spielt da mal was vor. Von mir aus, die ist echt eine verdammt schlechte Schauspielerin. Ich weiß eh nicht, warum du so oft mit den Vögeln da abhängst. Such dir doch mal ein heiratsfähiges Objekt. Das ist mir echt ein bisschen unangenehm, aber kannst du mir vielleicht 2 Euro pumpen? Tine, du kannst dir vornehmen, mehr Sport zu treiben. Du kannst nicht auf Bestellung deinen Traummann finden. Ich bin der Marcel. Wieso seid ihr eigentlich nicht zusammen? Wir sind alles Kumpels. Da steckt man doch nicht gegenseitig sein Ding rein. Moment, nur unter einer Bedingung. Wir bleiben auf jeden Fall Freunde. Freunde, bleiben wir nur, wenn der Sex geil ist. Bist du jetzt so richtig verliebt? Tine ist der Hammer, aber irgendwie kriegst du das nicht gebacken. Ihr seid sofort übereinander hergefallen? Mensch Tine, mein Arsch hat vielleicht noch 5 gute Jahre. Sag mal, gibt's hier keine cooleren Typen? Mensch, ich bin nur das vor. Nein. Ich glaube, die ist wirklich gekommen. Die kommt immer noch. Gib's mir, du geiler Hengst. Sag mal, fängst du jetzt mit dem Programm schon vorher an, oder wie?